Red Bull Salzburg macht einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Gruppenphase. Die Mozartstädter gewinnen das Playoff-Hinspiel auswärts bei Maccabi Tel Aviv nach Rückstand noch mit 2 zu 1. Die Bullen müssen gleich zu Beginn der ersten Halbzeit einen Rückschlag hinnehmen. Tel Aviv hebelt die Salzburg-Abwehr mit einem langen Ball aus, dann Beton bleibt vor Cschan Stankovic cool und überlupft den Keeper zur Führung für die Israeli in der 9. Minute. Salzburg hat im ersten Durchgang zwar mehr Spielanteile, tut sich allerdings schwer Top-Chancen zu kreieren. In der zweiten Halbzeit gelingt den Salzburgern jedoch ein Start nach Maß. Patson Daka wird im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt. Dominik Schoboschlei schnappt sich den Ball und sorgt vom Elfmeterpunkt für den Ausgleich. Kurz darauf gehen die Bullen dann doch noch in Führung. Dominik Schoboschlei steckt den Ball auf den zur Pause gekommenen Seikuketa durch, der Masaya Okugawa im gegnerischen 16er ideal bedient. Der Japaner muss nur noch den Fuß hinhalten, um den Doppelschlag zum 2 zu 1 perfekt zu machen. Das Rückspiel in Salzburg findet am kommenden Mittwoch, 30. September um 21 Uhr statt.